Das war's für heute. Das war's für heute. Bitte helfen Sie ihm. Das haben wir ja gleich. Versuchen Sie ganz ruhig durchzuatmen, Herr Winter. Vorsicht beim Schlucken. Was genau geben Sie ihm da? Ein Neuroleptikum gegen die Krämpfe und das Zittern. Es ist besser, wenn Sie jetzt gehen. Ihr Bruder braucht Ruhe. Ja, ist gut. Ich komm noch morgen wieder, okay?